Hallo und willkommen bei den Denkreisen. In letzter Zeit dachte ich, dass es meinem Kanal hier nicht schlecht hätte, wenn ich mich auch an einigen etwas geekigeren Themen versuchen würde. Nun ist es so, dass das bei den meisten in der Regel auf Star Wars hinausläuft oder dieses Marvel-Universum und dazu habe ich einfach keine Lust, dazu habe ich viel zu wenig zu sagen und vor allem kenne ich mich da nicht ausreichend aus. Darum lieber etwas, womit vermutlich niemand rechnen würde. Denn vor einer Weile kam mir eine Frage in den Sinn, die mich interessanterweise in meinen ganz jungen Jahren nie beschäftigt hatte, obwohl sie damals deutlich relevanter gewesen wäre. Die Frage lautete, ob man denn die Karl-May-Romane, welche in der Ich-Person erzählt sind, also jene, die seinen alter Ego Cara Ben-Nemsi alias Old Shatterhand im Mittelpunkt haben, ob man diese Romane chronologisch anordnen und entsprechend lesen kann. Meine erste Erkenntnis hierbei war natürlich, dass ich beileibe nicht der Erste bin, der sich darüber den Kopf zerbrochen hatte. Und ich gebe zu, dass diese Frage nach einer riesigen Zeitverschwendung klingt. Doch je mehr ich darüber nachgedacht hatte und je mehr ich mich langsam getraute, dazu etwas zu recherchieren, desto spannender wurde es. Es sind zwei Punkte, die es interessant machen. Einerseits Karl Mays Vorgehen bezüglich eines gewissen Worldbuildings, ein Ausdruck, der mehr zu Fantasy passt. Doch seine Bücher waren etwas, das ich als geografische Fantasy bezeichnen würde. Der einzige Unterschied zur Mittelerde oder zum Star Trek Universum besteht lediglich darin, dass man Karl Mays Fantasiewelt auf eine relativ vertraute geografische Karte legen kann und diese beiden Welten dann auf den ersten Blick identisch aussehen, es aber natürlich nicht sind. Der andere interessante Punkt bestand darin zu entschlüsseln, was unter der Ägide des Karl Mays Verlages in den letzten 80 Jahren alles mit den Originaltexten so geschehen ist und wie dies rezipiert werden sollte. Somit, ich könnte natürlich ergebnisorientiert zum Resultat übergehen und sofort die Bücher und Erzählungen in einer chronologischen Reihe präsentieren. Doch der Weg, der dorthin geführt hat, ist einfach zu interessant, um ihn nicht mit euch zu teilen. Im letzten Drittel des Videos wird es sogar recht spannend und für einige sicherlich sogar überraschend. An dieser Stelle möchte ich erstmal eine Grenzziehung vornehmen und das hat mit meinem persönlichen Interesse zu tun, aber auch damit, dass ich aus diesem Projekt nun keine riesige Videoreihe machen möchte. Um es also überschaubar zu halten, möchte ich mich nur an jene Texte halten, die Karabendemse im Mittelpunkt haben, sprich die sogenannten Orientreisen. Als ich mit sechs oder sieben Jahren begonnen hatte, begeistert Karl May zu lesen, hatte ich da alles verschlungen, was man mir da zum Geburtstag schenkte oder was ich bei meinen Großeltern fand. Doch bereits mit neun oder zehn Jahren wusste ich, dass mich die Western-Thematik nicht so reizte und so verlor sich mein Interesse an Winnetou und Old Shatterhand sehr schnell. Reziprok dazu stieg mein Interesse am Orient stetig nach oben und dabei ist es in gewisser Weise bis heute geblieben. Deshalb möchte ich mich bei diesem Projekt nur mit den Wüsten und Nahostabenteuern beschäftigen. Das macht die Sache überschaubarer und reflektiert, was ich da früher alles so gelesen habe. Meine Haltung zu Karl May ist sehr durchwachsen. Ich halte ihn nicht für einen großartigen Schriftsteller, aber ich bin zugleich davon fasziniert, wie er es geschafft hatte, eine ganze eigene Mythologie zu erschaffen. Seine christlichen Bekehrungsfantasien, die von so vielen Seiten der Romane nur so triefen, war mir stets ein wenig zuwider. Doch die moralische Haltung, die er in seinen Büchern demonstrierte, war stets einwandfrei. Und ja, ich bin mir der Ironie bewusst, dass dieses Moralisieren etwas schwer mit Karl Mays eigener Biografie in Einklang zu bringen ist. Karl May selbst war ein professioneller Trickbetrüger und Zuchthäusler. Sogar noch als Schriftsteller baute er seinen Erfolg auch auf der Prämisse, dies sei ihm alles wirklich passiert und die Geschichten seien echte Reiseberichte. Nun ist es aber so, dass man, wenn ich jetzt ein wenig übertreiben darf, zwei Lager findet unter den Karl-May-Lesern oder Fans. Das eine Lager würde ich gerne als die Puristen bezeichnen, also Leser, die zum Beispiel Wert darauf legen, nur die Originaltexte von Karl May zu lesen. Das ist ein relevantes Thema, denn der Karl-May-Verlag hat unglaubliche Veränderungen an den Texten vorgenommen, teilweise bis zu einem Viertel des Textes gekürzt, ganze Romane umgeschrieben und Geschichtensammlungen komplett umgestellt. So hat dieses Buch hier und dieses Buch hier, ungeachtet desselben Titels miteinander, eigentlich gar nichts zu tun. Jetzt ist da neben den Puristen eben die andere Gruppe oder das andere ideologische Lager, die ich gerne mal als die Mythica bezeichnen würde. Hier ist man weniger mit den Urtexten beschäftigt, sondern mehr mit der Idee, die Welt Karl Mays als eine neuzeitige Mythologie zu behandeln und das gibt einem größere Spielräume und rechtfertigt Veränderungen, wenn sie zugunsten des gesamten Mythos ausfallen. In der Tat werden wir uns in diesem Video nur in der Gedankenwelt dieser zweiten Gruppe bewegen und das hat einen klaren Grund. Und das sage ich gleich mal vorweg, würde man die ursprünglichen Texte von Karl May zu Rate ziehen, wäre es absolut unmöglich, eine nachvollziehbare Handlungszeit zu erschaffen. Das klappt einfach nicht. Karl May hatte da in seinem Werk zu viele Lücken und das Ergebnis würde vermutlich sehr bemüht und unvollständig aussehen. Nur so am Rande, es ist interessant, dass jemand, der es gewohnt war, trickbetrügerisch tätig zu sein, jemand, der es gewohnt war, vor das Publikum zu treten und ihm seine Fantasien als bare Münze zu verkaufen, dass so jemand derart schlampig war, wenn es darum ging, die kleinen Details am Rande der großen Lüge besser auszuschmücken. Man würde annehmen, dass Karl May irgendein fiktives Tagebuch angelegt hatte und die Monate, die er in der Wildnis verbracht haben sollte, festhielt. Vielleicht nur für sich, um die ganze Sache hieb- und stichfest zu machen, wenn ihm irgendwelche Leute versuchen, Fangfragen dazu zu stellen. Doch als ihn schon damals der eigene Verlag auf das Thema einer Chronologie ansprach, winkte der Autor nur ab und meinte, für so einen Unsinn hätte er keine Zeit. Begibt man sich nun aber in die mythologisierte Betrachtungsweise, wo letztendlich auch der Leser ein Autor sein kann, ergeben sich plötzlich neue Möglichkeiten, die Pseudoreisebücher in eine schlüssige zeitliche Abfolge zu versetzen. Somit ist es Voraussetzung, dass man nicht nur die sogenannten Bearbeiter als kanonisch ansieht, sondern auch die sogenannten Fortsetzer. Ja, richtig gehört, denn es gibt Karl-May-Romane, die nicht wirklich von Karl May stammen. Ich werde dazu noch einiges erzählen. Aber hier darf man die Arbeit der Fortsetzer nicht einfach so mit der entsprechenden Fanfiction verwechseln. Da die grundsätzlichen Themen und Begriffe der Karl-May-Welt seit Jahrzehnten aus der Copyright-Schutzfrist herausgefallen sind, gibt es zum Beispiel einen Verlag, der enthusiastisch neue Geschichten aus der May-Welt veröffentlicht. Und das finde ich absolut in Ordnung, denn das gehört zur Mythologie eindeutig dazu. Aber diese Geschichten sind nicht kanonisch. Das bedeutet, sie schließen zum Beispiel keine Handlungszeitlücken, die Karl May recht zahlreich hinterlassen hatte. Ich meine damit zum Beispiel die zwölfbändige Reihe Cara Ben-Nempsi Neue Abenteuer. Und wie gesagt, ich finde solche Texte gänzlich legitim, da sie ein Teil des Mythos sind. Doch es muss auch klar sein, dass das kein Kanon ist. Das wäre auch unpraktisch, denn wenn man die Summe all der enthusiastischen Fanfiction versuchen würde, in eine Chronologie zu pressen, würde es vermutlich voraussetzen, dass Karl May 300 Jahre alt werden würde. Hinzu kommt, dass die Bearbeiter und Fortsetzer häufig aus dem unmittelbaren Umfeld des frühen Karl-May-Verlages stammten und bereits lange davor Aufsätze zu May publiziert hatten und May-Forschung betrieben. Die Fortsetzer-Romane sind also allesamt Bücher, die heute auch schon 50 oder 80 Jahre auf dem Buckel haben. Nun sind die Bearbeitungen Gegenstand zahlreicher Streitgespräche und viele der Veränderungen werden auch mal gänzlich abgelehnt. Diesen Aspekt möchte ich an dieser Stelle relativ unbeantwortet lassen, da die Aufgabe dieses Videos nicht darin besteht, das zu analysieren und zu beurteilen. Mir geht es ausschließlich um die Handlungszeit und diese lässt sich nur dann zufrieden rekonstruieren, wenn man die Arbeit der Bearbeiter und Fortsetzer als kanonisch ansieht. Dreht sich dabei Karl May dennoch im Grabe um? Nein, eindeutig. May war vermutlich sehr eitel, was seine Texte betraf und wäre wegen all den hunderten und hunderten Modifikationen entsetzt gewesen. Aber vielleicht wäre es ihm ein Trost gewesen, dass er nun mal einen volksliterarischen Mythos geschaffen hatte und ein solcher Mythos erfährt unentwegt Veränderungen, da hierbei schließlich nicht die wörtliche Form wichtig ist, sondern die Essenz der Geschichte, also ihr Charme und ihre Moral. Begraben wir also dieses Problem an dieser Stelle und widmen uns ausschließlich der Chronologie. Hierzu hatte ich zwei Erkenntnisse erlangt. Erstens hatte der prominenteste Bearbeiter und Fortsetzer Franz Kandolf bereits 1923 eine Handlungszeit erstellt. Heute gilt diese als längst überholt, doch sie gibt eine grobe Richtung vor und war wohl auch für den Karl May Verlag von Bedeutung der gewissen Modifikationen am Werk unter diesem Gesichtspunkt vornahm. Kandolf war ein guter May-Autor, da er sehr gut die Atmosphäre erzeugen konnte, die den Romanen so eigen war. Doch der Nachteil bei ihm bestand freilich darin, dass er ein eifriger Katholik war und sich oft bemühte, den etwas aus der Reihe ausbrechenden Individualprotestantismus von Karl May umzuschreiben. Doch eine solche Untersuchung, wie ich sie hier gerade vornehme, kommt an einem Namen unter keinen Umständen vorbei. Hans Imgram hatte sich des Problems der Handlungszeit wie kein anderer angenommen. Er begann hierzu auch ein Reisetagebuch von Karl May zu verfassen. Ihm gelang es, alle kanonischen Werke in eine einheitliche Reisechronologie zusammenzufassen und das ist eine erstaunliche Leistung. Sein Karl May-Tagebuch erschien dann 2015 unter dem Titel Chronik eines Weltläufers. Es gibt für mich keinen Grund, das Rad neu zu erfinden und somit möchte ich für dieses Video hier vollständig die Imgram-Chronologie übernehmen. Aber der einzige Nachteil dabei ist, dass der Karl May-Verlag immer wieder neue Bastelarbeit an einzelnen Werken vornimmt, insbesondere die Kurzgeschichtensammlungen. Einzelne Storys rutschen dann aus einem Buch heraus und in das andere Buch hinein. Manchmal werden auch größere Kapitel in kleinere zerschlagen, etc. Also sind einige Bezüge zu einzelnen Bänden bei Hans Ingram inzwischen etwas veraltet, was nicht seine Schuld ist. Es sind winzige Details und theoretisch könnte man dies auch vernachlässigen, wenn man sich bei den betreffenden Büchern nur an jene Ausgaben halten würde, die zum Beispiel vor 20 bis 40 Jahren erschienen sind. Doch ich hatte lieber die Veränderungen aufgespürt und die Imgram-Chronologie auf diese Weise angepasst oder abgedatet. Hinzu kommt, dass zwischenzeitlich ein neuer Roman herausgekommen ist, den ich als kanonisch einstufen würde. Es ist Franz Kandolfs Maradurimer-Roman, der bereits 1944 geschrieben worden ist, jedoch erst in 2017 veröffentlicht wurde unter dem Titel Die Söhne des Sheiks. Dieses Material stand Hans Ingram seiner Zeit noch nicht zur Verfügung. Er hatte in seiner riesigen Arbeit insgesamt zehn Orientreisen von Karl May hier identifiziert. Ich habe hier also eine elfte Orientreise angelegt. Von diesen elf Orientreisen waren zwei sehr große Reisen, die jeweils über 20 Monate gedauert hatten, während andere Reisen im Schnitt nur sieben oder acht Monate dauerten. Es sind aber auch Reisen dabei von vier oder fünf Wochen. Übrigens nicht in Betracht kommen bei dieser ganzen Angelegenheit die Romane der Djerwish und die Sklavenkarawane, die zwar beide Orient-Abenteuer sind, doch ohne einen Ich-Erzähler, respektive ohne Kara Ben-Nemsi. Ebenso nicht in Betracht kommen die Bücher Ardistan, der Mir von Djinistan und Abdane Fendi, die zwar Kara Ben-Nemsi und Haji Halif Omar-Abenteuer sind, doch diese Spätwerke sind komplett in fiktive Welten angesiedelt und lassen sich somit nicht auf den klassischen geografisch orientierten Stil von Karl May anwenden. Karl May hatte an einigen Stellen die Handlung seltsam fragmentiert. So beinhalten in einzelnen Fällen manche Bücher massive Rückblenden, die oft mehrere Kapitel lang sind oder sehr lange Epiloge, die oft eine eigene Erzählung darstellen. Ich vermute, in manchen Fällen geschah dies einfach nur, weil die Story des eigentlichen Zyklus für ihn erledigt war, aber 60 Seiten zu kurz ausfiel. Also klatschte er noch eine kleine Erzählung ans Ende, die oft aus einer ganz anderen Zeit stammte. Diese Fragmentierungen habe ich also nach Imgram aufgebrochen und sämtliche Kapitel und Stories ausschließlich chronologisch geordnet. Was die Methode betrifft, wie eine solche Handlungszeit bestimmt respektive festgelegt werden kann? Nun, man muss es zuerst alles lesen und hierbei auf die Details achten, da Karl May immer wieder querverweise auf vorangegangene Abenteuer liefert, mal deutlich, mal sehr undeutlich. Das allein würde aber kaum ausreichen, aber es gibt immer wieder gute Orientierungspunkte, die helfen, eine Chronologie zu ermöglichen. So gibt es Erzählungen, die eindeutig pre-Halif sind, also in Bezug auf Haji Halif Omar, der zum ersten Mal im ersten Kapitel von Durch die Wüste auftaucht. Da hat man also schon mal eine Gruppe aus Erzählungen, die eindeutig davor liegen. Nach der Shoot gibt es eine Reihe Erzählungen und Kurzgeschichten, die Halef bei den Hadidin zeigen. Hier teilt es sich aber in zwei Abschnitte auf, einen frühen Abschnitt als Ahmad al-Gandur, der Sohn von Mohammed Emin, Häuptling der Hadidin ist und eine darauffolgende Phase, in der Halef selbst der Sheikh der Hadidin ist. Ein weiterer Marker ist zum Beispiel die Geburt und das Alter von Kara ben Halef, dem Sohn von Haji Halif Omar. Hey, ich habe doch nerdige Sachen versprochen. Ein anderer Marker sind zum Beispiel die Begegnungen mit Krüger Bay. Kara ben Nemse begegnet ihm, glaube ich, insgesamt dreimal. Einmal in der Erzählung der Krumir, einmal in dem stark überarbeiteten Band Allah il Allah und dann im zweiten Band von Satan und Iskariot. Und so weiter. Das ist also eine unglaubliche Mosaikarbeit, die ich nun nicht leisten musste, weil das bereits Hans Ingram hervorragend umgesetzt hat. Am Ende mag man sich noch fragen, wozu das alles? Es hat keinen tieferen Sinn, das gebe ich zu. Aber das haben 5000 Analyse-Videos zu Thanos und Iron Man auch nicht. Mir behagt es eben mehr, bei diesem Video einen weniger betretenen Pfad zu begehen. Ich wette mit euch, dass dieses Video hier das einzige seiner Art ist im gesamten YouTube. Das ist doch immerhin etwas. Ansonsten bietet sich hier die Möglichkeit, an sämtliche Kara ben Nemse-Abenteuer ausschließlich chronologisch, also in einer linearen Handlungszeit zu lesen. Und um ehrlich zu sein, nach all der Recherche könnte ich das auch gar nicht mehr anders lesen. Ich werde übrigens auch ein simples PDF-Dokument auf meinen Server stellen und lasse unter dem Video mal einen Download-Link, falls jemand tatsächlich die Lust haben sollte, eine solche Leseerfahrung zu machen oder einfach nur diese chronologische Übersicht besitzen möchte. Aus sentimentalen Gründen. Vermutlich müsste man in einem Krankenhaus lange ans Bett gefesselt sein, um das auf sich zu nehmen. Oder man ist einfach nur ein Fan, der all die Jahre nur auf eine Gelegenheit gewartet hatte, genau dies zu tun. Die meisten Karl-Mai-Bände findet man heute antiquarisch für einen Euro oder zwei das Stück. Die nachträglichen Arbeiten der sogenannten Fortsetzer sind da aber deutlich teurer. Da sollte man schon 15 bis 20 Euro pro Band in die Hand nehmen. Das war also ein wenig Theorie vorweg. Kommen wir nun zum eigentlichen Thema. Ich habe hierzu eine grafische Präsentation angelegt, die helfen soll, sich in den elf Orientreisen und den daraus resultierenden Büchern und Geschichtensammlungen zu orientieren. Ich werde das, während ich hier so rede, immer ein wenig verschieben, so dass man sich das jeweilige aktuelle Buch anschauen kann. Kommen wir also zur Sache. Jener Augenblick, in dem Karl-Mai alias Old Shatterhand Nordafrika betritt, ist in keinster Weise strittig. Imgram datiert den Zeitpunkt auf das Ende des Jahres 1861. Hierzu muss man Band 10 der KMGW in die Hand nehmen. KMGW steht hier für Karl-Mais gesammelte Werke. Jene grüne Buchreihe, die vermutlich jeder kennt. Der Band 10 trägt den Titel Sand des Verderbens und beinhaltet insgesamt fünf unterschiedliche Erzählungen oder Kurzgeschichten, die allesamt in unterschiedlichen Perioden angesiedelt sind und teilweise einzelne Teilabschnitte einer größeren Reise abdecken. Dieser Band ist in einer ähnlichen Zusammenstellung zu Karl-Mais Lebzeit auch schon unter dem Titel Datteln und Orangenreisefrüchte aus dem Oriente erschienen. Die erste Erzählung mit dem Titel Diggum ist also das erste Orientabenteuer. Karl-Mais hier noch kein Karabed Nemsi, ein Name, den ihm Haji Halif Omar erst viele Jahre später geben wird. Karl-Mais hat zu diesem Zeitpunkt bereits fast ein Jahr in Nordamerika verbracht, ein Abschnitt, der von dem Roman Winnetou 1 und dem ersten Teil von Winnetou 2 weitgehend abgedeckt wird. Karl-Mais erste Orientreise beginnt in Algier. Er ist nach Nordafrika gekommen, um eine lose Verabredung mit dem Abenteuerreisenden Emery Bothwell einzulösen, den Mai aus dem Wilden Westen kennt und der zu diesem Zeitpunkt deutlich erfahrener und weltgereister ist. Die beiden finden sich auch und nehmen an einer Löwenjagd teil, doch zugleich lernt Karl-Mais in Algier eine französische Familie kennen und wird damit mit einem Entführungsfall vertraut gemacht. Mai und Emery Bothwell brechen darum nach Südalgerien auf, um den entführten Mann zu befreien. Die GUM ist eine relativ kurze Reise von höchstens drei Monaten, wobei nur die ersten 70% der Reise von Mai detaillierter beschrieben werden. Karl-Mais wurde über fünf Jahre nicht in den Orient zurückkehren. Seine Aufmerksamkeit galt in diesen Jahren dem Pazifik und Südamerika, festgehalten in dem Sammelband am Stillen Ozean und dann erneut Nordamerika festgehalten in Winnetou 2. Doch in 1867 findet eine fast viermonatige Reise zurück in die Sahara statt, festgehalten in der Erzählung der Krumir und ebenfalls in dem Sammelband Sand des Verderbens zu finden. Diese Erzählung wurde ebenfalls stark abgeändert, insbesondere zugunsten einer logischeren Einordnung in den Kanon. In der ursprünglichen Version rät der Protagonist zum Beispiel auf dem Pferd Ri, etwas das natürlich keinen Sinn ergibt, da er Ri erst durch Mohamed Emin viele Jahre später kennenlernte und einige tausend Kilometer weiter östlich. Deshalb sehe ich die Bearbeitung einiger Texte nicht so streng, wie es die Puristen tun, da häufig eben unlogische Elemente bereinigt wurden. Und diese unlogischen Elemente sind häufig etwas, was mich ja beim Lesen eher in den Wahnsinn treiben würde. In der heutigen Version schildert der Krumir Karl Mays Abenteuer in Tunesien. Unterwegs mit einem Diener namens Ahmed, gerät May auf die Spur eines Wüstenräubers und verfolgt ihn bis ins südöstliche Tunesien, an den Schott Rarsa. In dieser Erzählung lernt Karl May auch den bereits genannten Krüger Bay kennen, dessen Figur sehr lose auf einer historischen Gestalt basiert. Karl May würde weitere vier Jahre nicht in den Orient zurückkehren. Diese Zeit würde er überwiegende Nord- und Südamerika verbringen, doch in 1871 bricht er zu einer seiner größten Reisen auf, die später häufig als der Orient-Zyklus betitelt wurde, oder auch Carabernemsi im Reiche des Großherren. Nun ist es so, dass Karl May solche großen Projekte gerne in Mediarez begann. So beginnt der Zyklus eigentlich sehr genau in jener Region, die in der Krüger beschrieben wurde. Doch nun ist Karl May bereits Carabernemsi und an seiner Seite ist bereits Haji Halif Omar sein Diener, der ihm ständig droht, ihn zum Islam zu bekehren. Natürlich war das viele Jahre eine stetige Versuchung, einen Schritt zurückzugehen und den nie erzählten ersten Abschnitt dieser Reise zu schreiben. Diese Aufgabe bewältigte schließlich der 1962 geborene Schriftsteller Jörg Kastner mit seinem Buch Haji Halif Omar, das auch Hans Imgram für kanonisch hält. Der Roman hatte ursprünglich die Oase des Scheitans geheißen und ist ein extrem charmant geschriebenes Buch, das wunderbar die Ereignisse nach Karl Mays Ankunft in Algier und dem Beginn von Durch die Wüste mit einem tollen Abenteuer ausfüllt. Das Buch geht damit nahtlos in den Band 1 der KMGW, das berühmte Durch die Wüste. Da es uns nun um die Handlungszeit geht, sollte man an dieser Stelle Durch die Wüste nur bis zum Ende des dritten Kapitels lesen. Es ist so, dass Durch die Wüste einen sehr großen Reiseweg erfasst, beginnend am Shot el-Jarit in Südtunesien bis hin zum südlichen Kurdenland im heutigen Nordirak. Karl May beschreibt in den ersten drei Kapiteln seiner Erlebnisse in Tunesien, doch das vierte Kapitel geht bereits in Kairo weiter. Da klafft also eine große Lücke, die Überquerung von Libyen und Westägypten. Diese Lücke wurde auf eine recht abwegige, doch irgendwie auch filigrane Art und Weise geschlossen. Der Karl May Verlag hatte hier Karl Mays voluminösen Kolportage-Roman Deutsche Herzen, Deutsche Helden an der Hand. Darin befand sich das Kapitel Die Königin der Wüste. Dieser Kolportage-Roman hatte nun gar nichts mit Cara Ben-Nemsi zu tun und so setzte man den damaligen Karl May-Fachmann Franz Kandolf, aber auch andere Sachbearbeiter an den Fall dran und begann diesen Text so umzuschreiben, dass er in den Orientzyklus hineinpasste. Dabei kam der Roman Alla il Alla heraus. Karl May wäre vermutlich entsetzt gewesen, doch obwohl dieses Buch eine Art Frankensteins Monster ist, liest es sich nicht schlechter als Mays eigene Schreibe. Nun wird es aber auch ein wenig kompliziert, denn Alla il Alla besteht aus acht Kapiteln, doch im Rahmen der Handlungszeit darf man an dieser Stelle nur die Kapitel 1 bis 7 lesen. Da das achte Kapitel eine Art längere Epilog oder Nachtrag ist, der zeitlich viel später liegt, wir kommen zu diesem Buch also nochmal zurück. Nun kann man also endlich zurück zu durch die Wüste gehen und hier das restliche Buch lesen, sprich Kapitel 4 bis 20. Nun bleibt es eine Weile recht unkompliziert, denn die folgenden vier Bände können komplett linear gelesen werden, also die KMWG Bände 2, 3, 4 und 5, namentlich durch das wilde Kurdistan, von Bagdad nach Stambul, in den Schluchten des Balkans und durch das Land der Skipitaren. Den Abschluss des Orientzyklus bildet der Roman Der Schut. Diesen kann man nun getrost in einem Auffausch lesen, doch halt nur die Kapitel 1 bis 12. Dahinter befindet sich ein recht langer Epilog mit dem Titel Mein Rie, der aber in eine viel spätere Zeit vorgreift. Da ich aber diese Strecke rein chronologisch aufbaue, gilt es dieses Buch vorzeitig wegzulegen. Vorerst. Doch dafür kommt nun nochmal der Roman Alla il Alla zur Geltung mit dem 8. Kapitel, über das ich vorhin gesprochen hatte, und damit ist der Orientzyklus abgeschlossen. Garabert Nemsi verwandelt sich wieder in Karl May und kehrt nach Hause zurück. Er verordnet sich eine Zeit der Erholung und rast, doch diese dauert nur zwei Monate. Da erreicht ihn eine Nachricht seines Freundes Kapitän Frick Turnastik, der ihn zu einer Reise nach Nordafrika einlädt. Die beiden kennen sich aus der Südsee. Die Reise geht von Antwerpen über Marseille nach Tunis. Dies ist eine kurze Reise, die insgesamt nur knapp über einen Monat dauert. Garabert Nemsi gerät mit einem fanatischen Moslem aneinander, der ihm schließlich nach dem Leben trachtet. Doch Karl May kann ihn unweit der tunesischen Stadt Sfax bekehren. Dies ist eine der extrem naiven Wüstengeschichten ebenfalls zu finden, in dem Sammelband Sand des Verderbens unter dem Titel Christus oder Mohammed. Doch mit nur 40 Seiten ist es eine der kürzeren. Ich wäre allerdings kaum gewillt, sie noch ein zweites Mal in diesem Leben zu lesen. In den darauf folgenden zwei Jahren begibt sich Karl May als Old Shatterhand zurück nach Nordamerika, unternimmt auch eine Ostasienreise. Doch nun wird es wieder etwas kompliziert. Denn am Ende des Jahres 1874 bricht er zu einer diesmal wieder längeren Reise in das einstige Mesopotamien auf, also in die Region des Euphrat und Tigris, wo der Stamm der Hadidin seine Zelte hat, dessen Ehrenmitglied Garabert Nemsi letztendlich ist. Diese Reise ist vermutlich am meisten fragmentiert und ergibt nur ein recht unvollständiges Bild ab. Wir können die Reise also nur anhand einzelner Kurzgeschichten rekonstruieren. Das mag ein wenig enttäuschend sein, doch umgekehrt kann man es auch als eine gewisse Herausforderung ansehen. Für den Anfang brauchen wir die Geschichtensammlung der Löwe der Blutrache und daraus die Kurzgeschichte Himmelslicht, die sich unweit von Bagdad abspielt. Nun wird es aber ein wenig verrückt, aber bei näherer Betrachtung ergibt es vollkommen Sinn. Für die nächste Phase brauchen wir das Buch im Sudan, also der dritte Band von Karl Mays Macht die Trilogie. Eine wichtige Reise, die erst später kommen wird, doch hier befindet sich am Ende des Buches ein umfassender Rückblick, der ganze acht Kapitel lang ist und rein chronologisch eigentlich hierher in diese Reise gehört. Also aus diesem Buch erstmal nur die Kapitel 6 bis 13 lesen. Als nächstes braucht man den Kurzgeschichtenband Das Zauberwasser und daraus die beiden Storys Das Gurkenkreuz und Shefakas Geheimnis. Ähnlich geht es dann mit dem Geschichtenband auf fremden Pfaden weiter. Hier sollte man in dieser Reihenfolge die beiden Kurzgeschichten Maria oder Fatima und die Blutrache lesen. Damit ist alles abgedeckt, was zu dieser fünften Orientreise vorhanden ist. Hans Ingram hatte sie auf rund zwölf Monate geschätzt und in die Jahre 1874 und 1875 datiert. Diese Reise böte auf jeden Fall noch einiges Potenzial für neue Prosa, welche die Lücken dieses Reiseverlaufs schließen würde. Vielleicht möchte sich jemand dieser Herausforderung stellen und ein Fortsetzer werden. Allerdings lässt sich der Karl May Verlag auch mal 30 oder 40 Jahre Zeit, bis sie ein bereits abgeschlossenes Manuskript in ihre Reihe aufnehmen und damit kanonisieren. Die kommenden zwei Jahre verbrachte Karl May in Nord- und Südamerika und erst in 1878 bricht er zu einer neuen Orientreise auf, um weiter in die libysche Sahara und die Welt der Tuareg vorzudringen. Für diese sechste Orientreise brauchen wir erstmal den Sammelband Halbblut und daraus die Geschichte von Mursuk bis Kairwan. Karl May reist mit einem Schiff an und macht einige Wochen Halt in Tunesien und Nord-Libyen vorrangig mit dem Ziel, Krüger Bay wiederzutreffen, doch die Dinge laufen anders als geplant. Kaira Ben-Nemsi verbringt noch einige Wochen in den Tiefen der Sahara und erkundet Südlibyen über den Punkt hinaus, den er seinerzeit in seinem ersten Sahara-Abenteuer die GUM erreicht hatte. Hier gilt es wieder Band 10 der KMGW zu nehmen, also Sand des Verderbens und hieraus die gleichnamige Story Sand des Verderbens zu lesen. Hans Imgram schätzt den Aufenthalt in dieser Region, bevor May nach Kairo reiste, auf fast fünf Monate. Eine Zeitspanne, die also nur unzureichend mit den beiden Geschichten von Mursuk nach Kairwan und Sand des Verderbens abgedeckt ist. Hier bestünde also durchaus Potenzial mit neuen Texten Lücken zu schließen. Auf jeden Fall erreicht Mitte Mai 1879 Karabend-Nemsi Kairo und möchte die Heimreise antreten. Doch da wird er in ein neues Abenteuer verwickelt und beginnt auf dem Niel die Reise nach Süden. Hier beginnt also die eigentliche Mahdi-Trilogie, angefangen mit Menschenjäger, einem Band, den man nun komplett und ohne Abschweifungen durchlesen kann. Das geht dann genauso weiter mit dem Band 2 der Mahdi. Auch hier kann man unterbrechungsfrei das ganze Buch lesen. Der dritte Band im Sudan ist wieder etwas spezieller. Hier gilt es, die Kapitel 1 bis 5 zu lesen. Und hat man das getan, die nächsten acht Kapitel zu überspringen und das restliche Buch, also Kapitel 14 bis 18, zu lesen. Warum? Na, ihr könnt euch doch erinnern. Die Kapitel 6 bis 13 sind bereits in die Chronologie der 5. Orientreise eingebaut. Die hätten wir also zu diesem Zeitpunkt bereits vor einigen Wochen gelesen. Die Sudanreise inklusive des Aufenthalts in Libyen hat also insgesamt 21 Monate gedauert, ist an dieser Stelle aber nicht ganz zu Ende. Nun gilt es, den Roman Der Schut nochmal in die Hand zu nehmen, also den Schlussband einer viel früheren Reise. Doch dort gibt es am Ende des Buches eben diesen Abschnitt, den Mai dort als den Epilog Mainri tituliert. Der aber ist ganze 95 Seiten lang, also eine ganz eigene Erzählung, die zeitlich ans Ende der Sudanreise platziert ist. Da gehört sie da auch hin. Denn Karl May möchte über Istanbul wieder nach Hause zurückkehren. Er wägt sogar von dort für eine Weile nach Russland zu reisen. Doch so oder so führt ihn der Rückweg vorbei an den Weideplätzen der Hadidin und seines Freundes und einstigen Dieners Haji Halew Omar. Nach dieser großen Reise folgt eine kleinere Reise, die aber sicherlich eine der seltsamsten ist. Karl May ist inzwischen zurück in Dresden und erholt sich dort vor den Strapazen seiner Libyen- und Sudan-Abenteuer, die fast zwei Jahre gedauert haben. Zu seiner Überraschung stehen unerwartete Besucher vor der Haustür. Einer von ihnen, hineingezwängt in europäische Kleidung inklusive eines Huts, ist sein Apachenfreund Winnetou. Damit sind wir mitten in der Satan- und Iskariot-Trilogie, die sich aber fast ausschließlich in Nordamerika in der Prärie abspielt. Doch in der zweiten Hälfte des zweiten Bandes, tituliert Krüger Bay, brechen Karaben Nemsi alias Old Shatterhand und Winnetou, der Häuptling der Apachen, zusammen auf, reisen nach Südeuropa, setzen nach Afrika über und verfolgen zwei Mörder durch die Sahara. Ich erinnere mich, dass man es sich in den 20er Jahren in der tschechischen Übersetzung nicht nehmen lassen wollte und diesen Band als Winnetou bei den Beduinen titulierte. Es war einfach zu verführerisch. Doch in der Neugestaltung der KMGW heißt dieser Band Krüger Bay und will man sich streng an die orientalische Chronologie halten, sollte man im Rahmen dieses Projekts nur die Kapitel 8 bis 16 aus diesem Buch lesen, da die restlichen Kapitel in Nordamerika stattfinden. Erst im darauffolgenden Jahr bricht Karl May zu einer neuen Reise auf. Den meisten Teil des Jahres 1881 verbringt er zu Hause. Irgendwann musste er diese ganzen Geschichten auch aufschreiben. Die sogenannte achte Orientreise ist sichtlich am schlechtesten dokumentiert. Nirgendwo sonst bietet sich größeres Potenzial an, nur noch vorhandene Lücken zu schließen, um diese achte Reise vollständiger festzuhalten. Wir haben von einer siebenmonatigen Reise, die letztendlich zurück nach Südägypten und in den Sudan ging, nur zwei Fragmente. Zuerst gilt es da also wieder Band 10, Sand des Verderbens zu nehmen und hier die letzte Geschichte, der Raubzug der Bagara zu lesen. Eine Short Story, die gerade mal 27 Seiten lang ist und sich westlich des Weißen Nils abspielt. Als nächstes braucht man den Sammelband auf fremden Pfaden, das ist Band 23 und hier die Geschichte der Qutub, die immerhin rund 58 Seiten lang ist. Hier sind wir bereits zurück in Kairo, wo sich der zentrale Teil der Story abspielt. Von dort begibt sich Karabend Nemzi auf den Heimweg, über Tunesien, wo er erneut in der Stadt Kairouan halt macht, was ein nettes Wortspiel ist, denn wenn ich mich nicht irre, heißt Kairouan einfach nur das kleine Kairo, also von Kairo ins kleine Kairo. Alles in allem ist der überwiegende Teil dieser Achtenreise nicht gut dokumentiert, gerade angesichts dessen, dass sie gut sieben Monate gedauert hatte. Hier ließ er sich also noch einiges fabulieren. Karl May trifft wohl im Dezember 1881 zu Hause an und bleibt nicht lange rastlos. Im Januar geht es zurück nach Nordamerika, was uns an dieser Stelle nicht kümmern sollte. Wobei hier zwei Sachen Erwähnung finden können. Zum einen liegt nach Ingram in diesem Abschnitt, also das Jahr 1885, der Tod von Winnetou. Doch einige Monate davor hat Old Shatterhand in der nordamerikalischen Prärie eine Begegnung mit einem reichen persischen Prinzen, der dort unterwegs ist. Würde man diesen Abschnitt studieren wollen, müsste man den Sammelband und der Löwe der Blutrache lesen. Und hierbei die erste Erzählung in Angriff nehmen. Technisch gesehen gehört das aber nicht auf unseren Zeitraum, weil sich diese Geschichte in Nordamerika abspielt und keine eigentliche Karabend-Nemsi-Geschichte ist. Aber sie ist in gewisser Weise essentiell, wenn man einige der späteren Ereignisse verstehen möchte. Übrigens, um die teilweise verwirrende Komplexität zu zeigen, wollte man die Erzählung Toke-Chun im ursprünglichen und nicht bearbeiteten Karl-Mai-Text lesen, müsste man Band 1 von im Reiche des Silbernen Löwen in die Hand nehmen und dort das erste Kapitel mit dem Titel Jafar lesen. Das ist nur am Rande, um zu zeigen, mit welchen Modifikationen man es hier zu tun hat, wenn man versucht, den Durchblick zu behalten. Gut, also mir geht es hier nur um den Orient-Aufenthalt, beschäftigen wir uns also mit der 9. Orient-Reise von Karl-Mai, einer Reise, die vor allem nach Persien führt, also in das heutige Iran. Und hier gilt es, wachsam zu sein, denn das Material ist äußerst komplex. Am Anfang müssten wir den Sammelband der Löwe, der Blutrache, wieder in die Hand nehmen und hier die Geschichte Es-Sabi, der Verfluchte, lesen. Das ist nun eine Abweichung von Hans Imgram, doch eine zwingend notwendige Abweichung, denn seit Imgram die Chronik eines Weltläufers geschrieben hatte, veränderte der Karl-Mai-Verlag erneut den Inhalt von der Löwe, der Blutrache und bei den Trümmern von Babylon. Dazu kommen wir gleich. Diese Geschichte hier zum Beispiel hatte sich damals noch in dem Sammelband das Zauberwasser befunden und ist nun in der Löwe, der Blutrache verschoben worden. Das hier ist also nun der Versuch eines Updates angesichts der neuen Veränderungen. Auf jeden Fall ist in dieser Geschichte Karabendemsi allein unterwegs zu den Hadidin, die irgendwo im heutigen Irak oder in Jordanien zählten, doch dies ist ein kurzes Abenteuer, das ihm auf dem Weg hin im südlichen Anatolien wiederfährt. Dann gilt es zum ersten Mal den Roman bei den Trümmern von Babylon in die Hand zu nehmen. Das ist KMGW Band Nummer 27. Im ursprünglichen Karl-Mai-Text entsprachen diese Kapitel überwiegend dem Band im Reise der Silbernen Löwen Teil 2, aber davon sollte man sich an dieser Stelle nicht verwirren lassen. Auf jeden Fall sollte man hieraus nur das erste Kapitel lesen. Dann sollte man erneut der Löwe, der Blutrache zur Hand nehmen und daraus die gleichnamige Erzählung der Löwe, der Blutrache lesen, die fast 60 Seiten lang ist. Dies dürfte man allerdings nicht mit dem Kapitel der Löwe, der Blutrache aus dem ursprünglichen Karl-Mai-Text verwechseln. Denn dieses Kapitel ist in Wirklichkeit identisch mit dem ersten Kapitel von bei den Trümmern von Babylon. Das nur um zu zeigen, wie verwirrend das ist, wenn man das erstmal versucht, alles aufzuspüren. Aber davon nicht verwirren lassen. Das behalte ich jetzt gleich mal hier in der Hand. Denn dort geht es eben weiter. Nun mit den Kapiteln 2 bis 16. Also bis zum Ende des Buches. Dann kann man es jetzt auch weglegen. Als nächstes ist dann wieder die Geschichtensammlung der Löwe, der Blutrache dran. Diesmal mit der Geschichte ein Rätsel. Das ist nun mit 174 Seiten fast ein eigener Roman. Dies ist nun eine relativ neue Überarbeitung und ich will auf die Verschiebungen und Modifikationen gar nicht im Detail eingehen, da einem sonst der Kopf zu explodieren droht. Ich finde es nur schade, dass dann durch solche Maßnahmen Hans Ingrams Handlungszeit kompromittiert wird. Ich versuche hier also entgegenzusteuern und so eine Art Update vorzunehmen, damit es wieder stimmiger ist. Weiter geht es mit dem Band 28 unter dem Titel Im Reiche des Silbernen Löwen. Hier darf man eben nicht mit dem ursprünglichen Text durcheinander kommen, denn Karl May nannte den gesamten Zyklus Im Reiche des Silbernen Löwen. Das waren bei ihm vier Bände, die hier über die Jahre ziemlich aufgebröselt wurden, wie man sehen kann. Wenn ich hier also von Im Reiche des Silbernen Löwen spreche, meine ich den Band 28 der KMGW und nicht den ursprünglichen vierbändigen Zyklus. Jetzt wird es aber sehr schwierig und wir kommen zu dem abwegigsten Abschnitt des ganzen Projekts. Der Band 28 Im Reiche des Silbernen Löwen ist in drei Teile unterteilt, wobei jeder Teil jeweils vier Kapitel hat. Von diesen zwölf Kapiteln sollte man also nur das erste Kapitel lesen. Es trägt den Titel Basra, also nur bis zur Seite 64. Um nun weiterzumachen, müssen wir ein wenig über Karl May reden. Da nehme ich erstmal einen Schluck Kaffee. Erstmal möchte ich auf einen Begriff eingehen, der aus dem Amerikanischen stammt und der Begriff lautet The Long Con. Dies ist ein gebräuchlicher Ausdruck aus der Welt der Con Men, der Confidential Men, also jener Menschen, die sich das Vertrauen anderer Menschen erschleichen, um sie dann auszurauben oder nutznießerisch von ihnen zu leben. Das gibt es gerade heute sehr oft, wir sprechen da meistens von Trickbetrügern. Es gibt fast täglich Nachrichten über Menschen, die sich per Telefon das Vertrauen von Senioren erschleichen, sich für ihre verlorenen Verwandten ausgeben und auf diese Weise sie im Geld erleichtern. Auch Karl May hat solche Cons abgezogen. Er ging zum Beispiel in Kleidungsgeschäfte, zeigte da eine halbe Sekunde lang irgendeinen windigen Ausweis und gab sich mit selbstsicherem Auftreten für einen Oberinspektor aus, der auf der Spur von Geldfälschern war. Er ließ sich alle großen Banknoten zeigen und Münzen und identifizierte einige als Blüten, beschlagnahmte sie, stellte dem Verkäufer eine sinnlose Quittung aus und verschwang zügig, bevor der Händler Verdacht schöpfte. Als Karl May schließlich gefasst wurde, führte das zu einem langen Aufenthalt im Zuchthaus und markierte damit aber auch irgendwie den Beginn seiner Karriere als Schriftsteller. Hierin hatte Karl May aber auch einen einzigartigen Long Con ausgeheckt. Als The Long Con bezeichnet man Trickbetrügereien, die extrem lange Vorlaufzeit haben und ganze Wochen, Monate oder Jahre ablaufen, bis der Trick seine Früchte trägt. Solche Cons beinhalten Ausstattung und mehrere Akteure, die ihre jeweiligen Aufgaben erfüllen. Die berühmteste Darstellung eines Long Cons in einem Film dürfte sicherlich der großartige Film der Clou mit Robert Redford und Paul Newman sein, im Original genannt The Sting. Nun, Karl Mays gigantischer Long Con war seine Karriere als Autor. Später im 20. Jahrhundert haben Millionen Menschen, vor allem Kinder und Teenager, seine Bücher verschlungen in mindestens 20 Sprachen. Aber nur wenige mögen sich dabei Gedanken darüber gemacht haben, dass zu seiner Lebzeit Karl May fast 20 Jahre damit verbracht hat, er diese Romane als echte Reiseberichte zu verkaufen. Und gerade die ländliche Bevölkerung fraß ihm da förmlich aus der Hand, denn zumeist waren das Menschen, die in ihrem eigenen Leben kaum weiter als bis ins nächste Dorf gekommen waren. Karl May wertete Bücher echter Reisepioniere aus und wandelte sie in seine geografische Fantasy, wie ich das zu nennen pflege, um. Seine Fans und Leser folgten bereitwillig dieser Legendenbildung und glaubten, dass Karl May tatsächlich Nordamerika unter dem Namen Old Shatterhand bereist hatte, während man ihn im Nahen Osten als den großen Helden Karabin Nemsi Effendi bewunderte und fürchtete. Er ließ zum Beispiel irgendwelche Büchsenmacher unter der Hand Gewehre herstellen, die auf seine Beschreibungen des Henry-Stutzens und des Bärentöters einzahlten, wie auch auf Winnetus Silberbüchse. Hierbei handelte es sich um Waffen, die nicht wirklich funktionsfähig waren. Ohnehin war es Karl May nach seiner Entlassung aus dem Knast ein Leben lang verboten, Munition zu erwerben oder zu besitzen. Wenn also Karl May zum Beispiel Literaturlesungen hielt, wurde das den Leuten als Reisevortrag verkauft. Er wusste ganz genau, dass die beste Art, jeglichen Zweifel auszuräumen, darin bestand, noch hundertmal dicke aufzutragen. So erzählte er den Leuten, er spreche 40 Sprachen und 100 Dialekte. Wenn jemand im Publikum doch irgendwelche Zweifel anmeldete, bekam Karl May leicht einen Wutanfall, der die Fragen der Person im Publikum isolierte und damit als Störer zum Verstummen brachte. Es gibt heute diese bekannten Fotos von Karl May verkleidet als Carabin Nemcy oder Old Shatterhand und häufig wird das als so eine Art frühzeitliches Cosplay angesehen, das May im Kreise seiner engsten Freunde und Anhänger veranstaltete. Und das stimmt zum geringen Teil durchaus, aber es fing als etwas an, das letztendlich die Aufgabe hatte, die Echtheit seiner Behauptungen zu untermauern. Es war die Ausstattung eines der faszinierendsten Cons jener Ära. So etwas hatte es auch in der Neuzeit immer wieder gegeben. Ein berühmtes Beispiel wäre der sogenannte Dr. Lopsang Rampa, der in Wirklichkeit Cyril Henry Hoskin hieß und einen Bestseller mit dem Titel Das dritte Auge schrieb. Hoskin gab sich für einen tibetischen Lama aus mit übersinnlichen Fähigkeiten und präsentierte seinen Roman als eine Autobiografie. Er war natürlich weder Tibeter noch war er ein Doktor und er wurde unter anderem von keinem Geringeren als Heinrich Harrer entlarvt, dem Autor von sieben Jahren Tibet. Interessanterweise führte auch Karl May seit 1875 einen Doktor vor seinem Namen, ohne jemals eine Universität von innen gesehen zu haben. Aber für ihn, einen professionellen Trickbetrüger war das noch die geringste Übung. Für einen Conman ist ein erfundenes Doktorat immer spannend, denn er weiß, wie viele Menschen vor akademischen Titeln automatisch den Kopf verneigen, was die Durchsetzung des Conns erleichtert. Aber die Zeit schritt fort, das 19. Jahrhundert neigte sich dem Ende zu und wir nähern uns damit einer Zeit, in der bereits Reiseschriftsteller wie Sven Hedin oder Wilhelm Filchner Artikel schrieben und bald schon ihre Bücher herausbrachten. Darin berichteten in genau denselben Ländern und Regionen, da war natürlich keine Ähnlichkeit mit der Maischen Meta-Realität. Ohnehin war das so, dass Karl May zu erfolgreich war und man längst begonnen hatte, ihn in Berlin wahrzunehmen. Seine Romane und seine abwegige PR-Methode prallten somit auf Rezensenten und Journalisten, die gebildet und bewandert waren. Es mochte ja so sein, dass bei Intellektuellen seine Artikel und Bücher schon vorher Stirnrunzeln und ungläubiges Kopfschütteln ausgelöst haben. Doch sein wachsender Erfolg als Bestsellerautor begann nun viele Leute richtig zu ärgern. So gab es manch einen Publizisten, der Karl May nun auf dem Kieke hatte. Es lag nahe, dass Karl Mays Masche eben auch andere Gauner anzog. May war erfolgreich und so witterten andere Schattengewächse schnelles Geld. Ein gutes Beispiel war Rudolf Lebius, der eine Art linker Politiker, Journalist und frühes SPD-Mitglied war, später aber auch ein eifriger Antisemit. Ähnlich wie May hatte auch Lebius gewisse Zeit im Knast gesessen, in seinem Fall wegen verleumderischen Publikationen, was seine Spezialität war. Er besuchte May in Radebeul und wollte auf den Longcon-Zug mit aufspringen, sozusagen einen Teil des Kuchens abgreifen. Er schlug May vor, für ihn als eine Art PR-Agentur, den Begriff gab es damals natürlich noch nicht, zu arbeiten, vorausgesetzt, Karl May wäre bereit gewesen, ihm ein substanzielles Darlehen zu geben. Es war de facto eine Erpressungsmasche. Karl May lehnte ab und mied fortan Lebius. Dieser startete dann tatsächlich eine Art Enthüllungskampagne gegen May in diversen Zeitschriften und Zeitungen. An einer Stelle bezeichnete er Karl May sogar als den Kopf einer Gaunerbande. Karl May und Rudolf Lebius verstrickten sich fortan in über 20 Gerichtsprozessen, die bis zu Karl Mays Tod anhielten. Ein anderer Fall war der Kirchenkritiker und Publizist Hermann Cardowns, der zugleich eine Art investigativer Journalist war, der sich auf die Entlarwung literarischer Trickbetrüger spezialisierte. Da war es nun eine Frage der Zeit, dass er den Bestsellerautor May ins Visier nahm, den er als abgrundtief unsittlich bezeichnete und für eine Gefahr für die Jugend hielt. Die ganze Idee, dass Cara Ben-Nemsi alias Old Shatterhand all das erlebt haben sollten, begann wie ein Kartenhaus zusammenzubrechen. Der Long Corn hatte einfach seine Haltbarkeit überschritten und drohte May ins Gesicht zu explodieren. Hinzu kam, dass nach 20 Jahren ununterbrochenem Rollenspiel Karl Mays Fähigkeit zwischen Realität und Fantasie zu unterscheiden zunehmend gelitten hat. May hatte so viele Jahre am Stück diesen Long Corn gelebt, dass sein Gehirn viele Aspekte daraus als eine Art moralische Wahrheit oder Realität deutete. Das führte natürlich zu absurden, extrem grandiosen Stellungnahmen, so behauptete er zum Schluss während eines Vortrags er spreche 1200 Sprachen und Dialekte und dass der verstorbene Winnetou ihm die Häuptlingschaft über sämtliche Apatschenstämme vermacht hätte. Die Old Shatterhand Legende hatte sich da komplett verselbstständigt und entglitt zunehmend Karl Mays Kontrolle. Der Verlag war all die Jahre an dem Con beteiligt gewesen. Sie beantworteten in diesem Sinne seine Leserbriefe. Zweifeln an Karl Mays Authentizität begegneten sie zum Beispiel mit dem Hinweis darauf, dass Karl May nebenher seit Jahren als professioneller Übersetzer von exotischen Sprachen tätig war, wie dem kurdischen, chinesischen, arabischen und so weiter. Diese Behauptung hatte May lange zuvor selbst verbreitet, sodass dies auch als Eintrag in gewissen Lexika erschien. Solche Sachen kommen auch in unserer Zeit vor. So hatte der damals noch junge Quentin Tarantino am Anfang seiner Karriere behauptet, er hätte eine Nebenrolle in Jean-Luc Godard's obskurer König-Lir-Verfilmung aus den 80er Jahren gespielt, gewahr dessen, dass kein Producer oder Künstleragent in Hollywood sich einen solchen Arthouse-Schinken zu Gemüte führen würde. Witzigerweise landete das so in einigen Filmen Mexika. Doch zurück zu Karl May. Was nun folgt, ist etwas, das die Karl-May-Forschung unter dem Begriff Bruch im Bau zusammenfasst. Ein Begriff, der auf den frühen May-Forscher Otto Eicke zurückgeht, den ich hier noch erwähnen werde. Über May brauten sich also bereits eine ganze Weile dunkle Wolken zusammen, Journalisten schrieben hämische Artikel über ihn, es gab Plagiatsvorwürfe und alle möglichen Leute hatten starke Lust verspürt, seine Fantasiewelt komplett platzen zu lassen. Und man warf ihm sein religiöses Geschwafel vor, das in der Tat in einigen Romanen dick aufgetragen ist und bezichtigte ihn darum der Heuchelei. Karl May mied fortan Kritiker, doch der Verlag hatte eine deutlich aufwendigere Idee. May sollte eine Weltreise absolvieren und viele Fotos von dort mitbringen und damit den Kritikern etwas Luft aus den Segeln nehmen. Sie bezahlten ihm das auch mit einem stattlichen Budget. Auf diese Weise würde auch etwas Gras über die Sache wachsen, da die Journalisten sich bis dahin mit etwas anderem beschäftigen würden, als ständig auf Karl May einzudreschen. So begann die berühmte Karl-May-Reise. In 1899 betrat May im Alter von 57 Jahren zum ersten Mal den Orient. Er war da in Begleitung seiner Frau Emma. Mit dabei war das befreundete Ehepaar Richard und Clara Plön. Karl May würde drei Jahre später Clara Plön heiraten, nur drei Wochen nach seiner Scheidung von Emma. Clara Plön hatte später bezeugt, dass Karl May während seiner echten Orientreise zweimal einen kompletten Nervenzusammenbruch erlitten hatte, in einem Maße, dass man gefürchtet hatte, ihn in eine psychiatrische Anstalt einliefern zu müssen. Hier brach also ein Jahre und Jahrzehnte gepflegtes Luftschloss zusammen, insbesondere da May vermutlich gehofft hatte, dass es eine Fantasiewelt und die echten Länder, die er nun bereiste, zumindest bis zu einem gewissen Grad identisch waren, doch der Orient des Jahres 1900 sah ganz anders aus. Es gibt natürlich allerlei amüsante und unschmeichelhafte Anekdoten aus dieser Zeit, wie Karl Mays Ankunft in Kairo, wo er dann erst mal vier Stunden durch die Innenstadt gelaufen war, bis er endlich das eine Restaurant gefunden hatte, wo Deutsch gekocht würde. Da war also nichts mit einer sofortigen Verwandlung in Karabendemsi Effendi und dem Abtauchen unter die lokale Bevölkerung. Die meisten Fotos zeigen Karl May mit Tropenhelm vor typischen postkartenartigen Motiven. Nach seiner Rückkehr war Karl May allerdings nicht mehr gewillt, seinen naiven, abenteuerlichen Reiseromanstil fortzusetzen. Diese Erfahrung markiert einen Bruch in seinem Werk und eine Zuwendung zum Symbolismus hin und zu einer eher abstrakten Literatur. Doch nirgendwo ist dieser Bruch deutlicher spürbar als in dem Roman Im Reiche des Silbernen Löwen, denn dieses erste Kapitel, von dem ich sprach, mit dem Titel Basra, entstand eben vor der Orientreise, in einer Zeit, als Mai noch tief in seinem Fantasieluftschloss steckte, während das zweite Kapitel bereits die neue Phase darstellte. Und das ist nicht immer gut rezipiert worden. Viele Karl-Mai-Fans halten diese Texte für relativ unlesbar, wobei ich das nicht unbedingt teilen würde, aber da ist plötzlich eine neuartige Langatmigkeit im Werk. Man könnte fast meinen, Karl Mai hätte eine heimliche Passion für Cannabis aus dem Orient mitgebracht und das mache sich in den Manuskripten bemerkbar. Dieser Sachverhalt führte sogar dazu, dass man alles, das über das erste Kapitel dieses Buches hinausgeht, als eine Sackgasse betrachtet, die von den Lebensumständen Karl-Mais erzwungen wurde. Wir haben es hier im Rahmen der kanonischen Betrachtung also mit einem gewissen Schisma zu tun. Wobei natürlich auffällt, dass die Anhänger von Karl-Mai die Schuld daran weniger bei dem Volksschriftsteller selber sehen, sondern bei seinen Kritikern, die ihn dazu gezwungen haben. Das ist eine etwas holprige Argumentation. Otto Eicke fragt sich im Vorwort zu seinem Buch, wie hätte Karl-Mai selbst das Werk wohl vollendet, wenn seine Gegner geschwiegen hätten. Es hat er insgesamt zwei spannende Versuche gegeben, im Reich des Silbernen Löwen fortzusetzen. Einer von dem gerade genannten Otto Eicke und einer von Heinz Grill. Unsere chronologische Betrachtung erfährt hier sozusagen drei alternative Parallelwelten. Sehen wir uns also diese Gabelung genauer an. Es gibt hier drei Wege. Oben sehen wir den von Karl-Mai ursprünglich eingeschlagenen Weg. Hier bräuchte man also nur im Reich des Silbernen Löwen weiterzulesen und anschließend dessen Fortsetzung das versteinerte Gebet. Beide Texte entsprechen in ihrer ursprünglichen Fassung letztendlich den beiden Bänden im Reich des Silbernen Löwen drei und vier. Hier kommt Karl-Mai als Abenteuerschriftsteller komplett zum Stillstand. Die Meisterhandlung spielt sich im Haus des Ustert ab und besteht aus Unterhaltung zwischen den beiden. Da schwebt auch die Atmosphäre eines Geisterromans über der Handlung. Es gibt zwar auch ein wenig Spannung, doch stellt sich diese deutlich hinter die eher vergeistigten Gespräche und Gedanken, die hier im Vordergrund stehen. Karl-Mai, dessen Schreiber stets so übertrieben nach außen gekehrt war, verwandelt sich nun radikal in einen Verfasser, der sich auf die Reise nach innen spezialisiert. Die Texte erinnern stellenweise mehr an etwas, das man von Gustav Meiring oder Hermann Hesse erwarten würde, wobei dies nicht als Vergleich gedacht ist. Wenn man nun den mittleren Pfad anschaut, so müsste man nach dem besagten ersten Kapitel von Im Reiche des Silbernen Löwen als nächstes nach dem Roman Die Schatten des Scheinschar greifen einer gelungenen Fortsetzung von Heinz Grill. Heinz Grill hatte schon 1922 Vorträge zu Karl May gehalten und plante sogar ein Karl May Lexikon zu erstellen, was sich aber zerschlug. So schrieb er am Ende der 40er Jahre diese Fortsetzung und konnte das Manuskript sogar an den Karl May Verlag verkaufen. Dieser hielt es aber 54 Jahre unter Verschluss und brachte es erst in 2006 heraus. Dieser mittlere Pfad ist auch derjenige, der von Hans Ingram empfohlen wird bezüglich einer intakten Handlungszeit. Hierzu gehört dann abschließender Weise noch der Griff zu der Geschichtensammlung auf fremden Pfaden. Das Buch suche ich jetzt mal nicht, weil das schon irgendwo hier. Also dieses Buch hier, wo sich Karl Mays Kurzgeschichte der Händler von Serdecht befindet, die chronologisch hierher an das Ende der 9. Orientreise gehört. Doch ich wollte auch die dritte Option unbedingt erwähnen. Otto Eicke hatte als weiterer Epigone bereits in 1933 eine Fortsetzung geschrieben, die damals den Karl May Verlag nicht überzeugen konnte. 82 Jahre später, in 2015, erschien diese alternative Fortsetzung dann doch noch, angeblich nach allerlei Überarbeitungen. Das Ergebnis ist auf jeden Fall eine solide Variante des Stoffs und stilistisch sehr nah an Karl May. Auch hier knöpft der Autor unmittelbar an Basra das erste Kapitel von Im Reiche des Silbernen Löwen an, das er sogar leicht gekürzt selbst als erstes Kapitel seines Buchs übernimmt. Wie er im Vorwort betont, ging es ihm auch darum, etwas zu schreiben, das auch für jene eine sinnhafte Lektüre darstellte, die den gesamten Zyklus Im Reiche des Silbernen Löwen nicht kannten und sich auch nicht mit dem Bruch im Bau beschäftigt hatten. Das wäre also die berühmte neunte Orientreise von Karabene Msi. Einst als sein großer Wurf angelegt, ist daraus doch mehr eine Baustelle geworden, die ihre Probleme hat, aber das kann man auch als eine spannende Herausforderung annehmen. Die Geschichten passieren ohnehin nicht auf dem Papier, sondern in den Köpfen der Leser. In den darauffolgenden viereinhalb Jahren unternimmt Karl Mai keine Reisen auch nicht nach Nordamerika. Doch als er im Februar 1892 erneut aufbricht, geht es zurück in das Euphrat und Tigris Gebiet, wo seine Geliebten Hadedin auf ihn warten. Am Jenseits der Band Nummer 25 galt lange Zeit als unvollendet. Mai hatte das Buch geschrieben, bevor er mit Im Reiche des Silbernen Löwen angefangen hatte. Jahrelang hatte er eine Fortsetzung versprochen mit dem Titel Im Jenseits, doch in der Zwischenzeit war der Bruch im Bau passiert. Zu einer Fortsetzung war es nie gekommen. Das Buch selbst ist noch eine klassische romantische Reisegeschichte, obwohl man schon die symbolische Atmosphäre und Langatmigkeit zu spüren beginnt, insbesondere in jenen Szenen, die den Blinden sehr beinhaltenden im Mittelpunkt der Handlung steht. Doch ist die Prämisse des Buches spannend. Diesmal verlagert sich die Handlung in die Wüste Nefut auf der arabischen Halbinsel. Die hatte den Brechen mit Karab Ben Nemsi auf, um ihn nach Mekka zu begleiten. Karab Ben Nemsi war bereits dort gewesen, viele Jahre zuvor in dem Band. Durch die Wüste hatte er sich verkleidet und in die verbotene Stadt hineingewagt, bezahlte dies aber so gleich fast mit seinem Leben. Er hatte kaum Zeit gehabt, sich in der Stadt umzusehen. Nun nimmt er sich vor, noch einen Anlauf zu nehmen und es diesmal besser zu planen. Das Buch endet aber, bevor die Reisegruppe Mekka erreicht. So überrascht es nicht, dass hier eine große Lücke klafft, die sich lange nach einer Schließung sehnte. Angenommen hatte sich diese Aufgabe einer der Diadochen des Karl-Mai-Erbes, nämlich Franz Kandolf, der bereits maßgeblich an jenem Remix beteiligt war, der zu dem Roman Allah il Allah geführt hatte. Herausgekommen ist dabei sicherlich einer seiner besten Beiträge zum Karabenebsi Universum unter dem Titel In Mekka. Natürlich ist dies bei den Puristen umstritten, da letztendlich klar war, dass Karl-Mai hätte er eine Fortsetzung geschrieben, dieser bereits tief in seinem neuen Symbolikstil ausgearbeitet hätte, während Kandolf ganz hart am klassischen romantischen Karl-Mai-Stil geblieben war. Aber ich vermute, die meisten Leser haben es ihm eher gedankt. Streng nach Hans Imgram enden hier die Reisen. Im Herbst 1893 unternimmt Karl-Mai noch eine kurze Reise nach Nordamerika, die letztendlich dem Nachwort von Winnetou 3 entspricht. Doch da gab es noch eine mächtige Lücke im Werk, die lange Zeit nach einem Beitrag schrie. Karl-Mai hatte bereits in Durchswilde Kurdistan und von Bagdad nach Stambul eine Figur geschaffen, die stark am Herzen lag und seinen religiösen Vorstellungen entsprach, die stark in Marienverehrung ihren Ausdruck fanden. Die Rede ist von der geheimnisvollen Maradurime. Am Ende des dritten Bandes seiner Macht die Trilogie schrieb er sogar noch sein nächstes Buch werde Maradurime heißen, doch dazu kam es nie. Allerdings spielt später die weise Greisin Maradurime eine prominente Rolle in den beiden Ardistan und Djinistan Büchern. Diese beiden Romane sind dann aber reinste Fantasy und somit auch nicht Teil meiner Betrachtung hier. Franz Kandolf hatte einen Maradurime Roman wohl in den 40er Jahren geschrieben, kurz vor seinem Tod, doch blieb dieses Manuskript bis auf private Zirkulation unbekannt. Der Karl May Verlag hatte ihn erst in 2017 herausgegeben und zwar unter dem Titel Die Söhne des Scheichs. Auch hier gilt natürlich eine gewisse Kontroverse, denn es war recht klar, dass Karl May einen Maradurime Roman tief in seinem symbolischen Spätstil verfasst hätte, doch Gandolf entschied sich eindeutig dagegen und erschuf damit ein Pastiche, das sehr am klassischen Abenteuerstil von Karl May orientiert ist. Sir David Linse taucht wieder auf und es werden interessante Anknüpfungen gemacht, zum Beispiel auf die ominöse Kurzgeschichte Himmelslicht, die bezüglich der Handlungszeit am Anfang der recht brüchig belegten 5. Orientreise steht. Alles in allem ist Die Söhne des Scheichs ein schöner Abschluss der Karabenn Nemzi Ära Ich deklariere es hiermit als die elfte Orientreise Und damit sind wir am Ende dieses Videos Die besagten Elf Orientreisen weisen noch große Lücken auf Gerade was die fünfte aber vor allem die achte Reise betrifft ließen sich hier noch mindestens fünf umfangreiche Romane schreiben welche der Handlungszeit nach Hans Ingram entsprechen und damit Chancen hätten kanonisch zu werden Wer hebt Also nichts ist ein besagten mö yht ein oder ich Peru werde vi em s ho Untertitelung des ZDF, 2020